Hier kannst du deine eigene Mode entwerfen. Ach krass, jetzt kann man das hier wirklich pixelgenau zeichnen? Oha, muss zugeben, das ist ein bisschen umfangreicher, als ich dachte. Sehr, sehr geil, aber ich bin halt kein Künstler. Naja, das braucht sehr viel Zeit, deswegen machen wir jetzt nur was ganz, ganz Billiges. Pass auf und morgen, morgen ist es der nächste Hype. Bin hier der Trendsetter. Oh, was ein krasses Design, Alter. Holy shit, ist das krass. Und dann ändern wir mal die Farbe auf Gold. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Wirklich, keine Ahnung. By the way, würde es nicht viel besser aussehen, wenn wir... Ja, verdammt. Man, wo ist denn der Radiergummi, Alter? Warum wird einem nie was erklärt? Äh... Das ist kein Radiergummi, richtig? Nein, rückgängig. Halt! Nein, das wollte ich nicht. Nein. Na, wobei, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? War natürlich genauso in meinen künstlerischen Vorstellungen verankert. Oh mein Gott. Was ist das für ein Schmutz? Wobei, das ist irgendwie cool. Das kann man sich geben. Es ist noch nicht vollständig. Sieht aus wie Schokolade. Weiße und braune Schokolade und in der Mitte ist so eine Straße. Oder ein Hochhaus mit einer Explosion oben. Boah, ist das geil. Leute, ab morgen im Merchshop. Ich nenne es Schoko City. Wie geil ist das? Toll, wirklich toll. Das ist ein super Design. Morgen bin ich in Paris, Leute. Auf Wiedersehen. Musik